Bis auf wenige Ausnahmen kommt hier in keiner Siedler-Map an Bergbau vorbei. Aber Minen sind eines der Spielelemente, in der das Spiel die wenigsten Informationen rausrückt. Deshalb klären wir heute ein für alle Mal, wie Minen funktionieren und legen dabei auch den Grundstein für ein späteres Video zum Spezialzauber der Römer. Etwas, was uns das Spiel soweit ich weiß nie erzählt, ist die Tatsache, dass Minen nach ihrem Bau auch ohne Nahrung ein paar Ladungen ihres Erstes produzieren. Auf einigen Karten, auf denen wir sowohl ohne Nahrung als auch ohne Werkzeuge für ihre Produktion starten, z.B. für Fortress, müssen wir das auch ausnutzen. Aber wie viel können wir erwarten? Hier wird schon etwas deutlicher, wie Minen eigentlich arbeiten. Minenarbeiter versuchen in regelmäßigen Abständen ihr Produkt zu fördern. Ihre Erfolgschancen hängen davon ab, wie viel Erz es unter ihnen eigentlich gibt, was leider bedeutet, dass Minen im Laufe der Zeit an Produktivität einbüßen. Wie viele Versuche Minenarbeiter unternehmen, hängt von ihrer Nahrung ab. Laut Handbuch sind es zwei Versuche für normale Nahrung und zehn Versuche, wenn die Arbeiter ihre jeweilige Lieblingsnahrung bekommen. Wenn ihr also Zugang zu Fisch habt, ist es Verschwendung, eure Goldminen mit Fleisch zu beliefern. Auf der nächsten Testmap habe ich zwölf Eco-Sektoren mit je einer Kohle-Mine, unter der sich unterschiedliche Rohstoffmengen sowie 144 Einheiten jeder Nahrung befinden. Die erste Spalte hat von oben nach unten hier ein einziges Feld mit Kohle. Einmal mit dem geringsten Wert, den der Editor zulässt, einmal mit dem höchsten und einmal mit ca. 50%. In der zweiten und dritten Spalte wiederholt sich dies mit zwei und drei Feldern Kohle und in der vierten Spalte ist das gesamte Gebirge mit Kohlevorkommen bedeckt. Wir werden nun ermitteln, wie viel Kohle jede Mine gefördert hat, nachdem sie eines der vorgegebenen Nahrungsmittel vollständig verbraucht hat. Wie erwartet war die Produktivität mit Brot um ein Vielfaches höher, zumindest solange sich noch Erz im Boden befand. Aber das ist bei weitem nicht das interessanteste. Zum einen sind Minen nie offiziell erschöpft, das heißt sie verbrauchen auch dann weiterhin Nahrung, wenn keine realistische Chance mehr besteht, dass sie noch etwas fördern. Das ist vermutlich auch ein Grund, wieso die Meldung, dass eine Mine nichts mehr fördert, im fertigen Spiel deaktiviert ist. Zum anderen wurde hier erkennbar, wie viel Erz sich in einem Vorkommen befinden kann. Ein fast leeres Feld enthält offenbar ein Erz, während ein volles 15 zu enthalten scheint. Aber die Minen, deren Gebirge mit entsprechenden Vorkommen übersät waren, förderten viel mehr. Die Mine voller Minimalvorkommen förderte ganze 64 Kohle und es passen unmöglich so viele Geländefelder unter dieses kleine Gebäude. Minen sind also unter der Erde größer als oberhalb, was Sinn ergibt und scheinen bis zu 64 Felder abzudecken. Ob es sich hierbei um ein Quadrat oder einen Kreis handelt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen und der Unterschied wäre zu klein, als dass es die nötigen Tests wert wäre. Aber ich glaube, dass es sich um ein Quadrat handeln muss, da der Radius sonst bei 4,5 liegen müsste und Siedler hat nun mal keine halben Felder, wobei es natürlich kein perfekter Kreis sein muss. Das bedeutet aber, dass sich die Arbeitsbereiche von Minen überschneiden können. In einem rohstoffarmen Gebiet sollten Minen also mit etwas Abstand zueinander platziert werden. In einem rohstoffreichen Gebiet solltet ihr, wenn es groß genug ist, das gleiche tun, damit eure Minen länger produktiv bleiben. Aber wie groß ist nun die durchschnittliche Produktivität einer Mine unter idealen Bedingungen und gibt es Unterschiede zwischen den Völkern? Nun, die Minen der Römer sind alle gleichwertig und produzieren etwa 6,7 Waren pro Minute. Das gleiche gilt weitgehend für die Wikinger, aber ihre Eisen- und Steinminen gehen auf 5,8 runter. Nun, Stein verstehe ich, aber Eisen? Könnte was damit zu tun haben, dass die Wikinger Stein in Eisen verwandeln können, aber das ist reine Spekulation. Die Mayas hatten allgemein langsamere Minen mit einem Ertrag von etwa 5,4 pro Minute, abgesehen von der Kohlemine, die bei 6,1 landet. Und dann kommen die Trojaner, deren Minen nur 5,3 Waren pro Minute produzieren, abgesehen von der Goldmine, die auf 5,1 runtergeht. Das Ganze überraschte mich etwas, da Minen nur sehr kurze Arbeitsanimationen haben. Es scheint also unterschiedliche Ruhepausen zwischen den Arbeitsgängen zu geben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht an meinen Testbedingungen liegt. Aber es ist mit Sicherheit kein Ausgleich wegen der Baukosten, so wie die Trojaner, wo die langsamste, aber dafür auch mit Abstand günstigste Goldschmelze bekommen haben, denn ihre Minen sind allesamt teurer als die Gegenstücke der anderen drei Völker. Abgesehen davon, dass bei Minen der Flaschenhals eher bei der Anzahl der verfügbaren Spitzhacken zu suchen ist. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Grundgedanke war, dass die Trojaner Zugang zum mächtigsten Nahrungszauber aller vier Völker haben, der potenziell eine Nahrungsproduktion weitgehend oder sogar vollständig ersetzen könnte. Aber mir ist aufgefallen, dass die KI gerne ihre Minen mit allen Nahrungsmitteln versorgt. Macht das also vielleicht doch einen Unterschied? Kurze Antwort, nein. Das Ding ist, wenn Bergmänner die Wahl haben, essen sie immer ihre Lieblingsnahrung. Die andere wird also, solange die Lieblingsnahrung zuverlässig geliefert wird, nicht verbraucht. Daher verlangsamt dieses Verhalten die KI schlimmstenfalls im Early Game, aber danach belastet es ihre Wirtschaft nicht weiter. Ich vermute, es ist eine Notlösung, um zu verhindern, dass die KI völlig machtlos wird, wenn sie bestimmte Nahrungsmittel nicht produzieren kann. Natürlich sind die Minen nur eine Hälfte der Schwerindustrie, aber die andere verdient ein eigenes Video. Das gleiche gilt für den Zauber Rohstoffe auffrischen, von dem ich im Moment glaube, dass er sehr schwer zu testen sein wird.